Jo Leute, herzlich willkommen zu einer inzwischen dritten Folge eigentlich von Golfit. Heute dabei sind Janis Riesel, Dezabon Prodi, sagt hallo, sonst gibt es keine Kekse. Hallo. Kekse. Kekse. Ich will auch Kekse. Und heute heißt es wieder Golfit. Und Janis ist noch nicht eingeladen. Ja, wenn ja jemand lädt jetzt hier. Kekse. Das steht da die ganze Zeit. Ja, lässt sich vielleicht auch sagen, dein Internet ist schlecht. Kekse. Nee, nee, das ist der Ping von Freestyle, ganz sicher. Der Ping von Freestyle war gerade besser als deiner. Kekse. Ja, das kann sein. Also deine Connection zu dir, Seppe, hat was mit mir auf jeden Fall zu tun. Auf jeden Fall. Ja, das geht rüber. Natürlich. Ich hatte gerade Angst, dass ich mein Mikrofon gemutet habe. Das wäre so typisch für mich. Ich kann da auch nochmal nachkontrollieren, egal ob Musik da ist oder nicht. Hauptsache, ich habe alles drin. Gut, da kann ich, das ist auch fair. Da kann ich jetzt beide Chats sehen. Ich finde es aber auch schön, wie die Musik einfach aufhört, sobald das Spiel fertig geladen hat. Geht man. Weil mir hat die Musik einfach aufgehört, wenn ich aus dem Fenster rauszahbe. Das finde ich ein bisschen nervig. Weil ich kann auch nichts dafür, dass ich nur ein Bildschirm habe. Ich bin auf den zweiten. Darf ich nicht. Ich krieg Geld. Ich bin schon mit dem Turn dran, mir einen dritten zu holen. Ja, du bist aber auch älter als ich. Ihr seid beide älter als ich. Das hat mit dem Alter nichts zu tun, das hat mit dem Nutzen zu tun. Ja, Mann. Ein guter Kosten-Nutzen-Faktor. Naja. Aber im Gegensatz zu euch verdiene ich noch nicht mein eigenes Geld. Das ist blöd gelaufen. Das ist ein Problem. Das Haus zahlt sich nicht von selber, ja. Ich mach meine Musik und starte die Musik wieder, apply und starten. Also ich mein, ich... Starten, 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 bereit, starten. Geld verdienen, aber... Starting the simulation. Oh, man kann sich sogar umdrehen währenddessen. Ach was? Noch nicht bemerkt? Nee. Jetzt kann ich... Die Map hab ich schon mal irgendwann gespielt. Ich glaub, da bin ich jetzt gar nicht so schlecht. Meinst du vorhin? Nein, das wär beinern ein Hole in One gewesen. Ja, aber ich hab die schon mal gespielt. Was war das für ein Schlag gerade? Oh mein Gott. Hier, unsere Freunde, hast du sehr gut gewonnen. Nein. Yes, nice. Roll, 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 roll. Oh, hole in one. Hast du gut gemacht. Du bist bei mir schon runtergefallen und bist dann wieder hochteleportiert. Nice. Bei mir ist Brody erst mal gar nicht runtergefallen. Hell for light, aber auch immer... Warte, fahrt, warum? Wenn ich nicht da mache, wird bei mir nur so Viereck irgendwie hell. Jetzt auch am Spawn, ne? Ah, jetzt geht's. Das war wahrscheinlich, weil noch Janus auf mir lag. Nee, weil du am Spawn warst. Danke fürs Schubsen. Jetzt hängt auch gerade bei mir die Musik an. Ja, jetzt hörst du auch Musik. Danke fürs Schubsen. Ja, gerne doch. Du, ich hab doch mir auch noch was Schubsen vor dir. Nö. Ich wollte es in drei Strokes schaffen. Ich hoffe nur weiter... Ach, nee, nicht die Karte. Ja, die fand ich voll gut. Ja, scheiße. Sie war übel Kacke. Oh mein Gott. Alter. Oh, nee. Wie kann man denn reinkacken? So reingekackt gerade. Ist unfassbar. Das ist ein Traum, nicht. Hm, hm, hm. Das fragt man mich. Ich hab bei der Mems so reingekackt, dass ich schon nach unten TP'd wurde. Hey, nee, jetzt ist das Ding zugegangen. Oh, was, 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 was? Letztes Mal, irgendwann, glaub ich, hab ich die besser gemacht. Ja, ich eben auch. Sag mal, Freestyle, wo treibst du mich denn da rum? Double Boogie. Ja, du, ich hab jetzt schon acht Strokes. Ja, verdient, ne? Was willst du denn jetzt in der billigen Ecke? Weil die Mitte ist blöd hier gewesen, bevor du in die Mitte gehst. Ja, bei der einen Außen, bei der ganz links vom Stand rauszusehen. Die Löcher sind so komisch. Das wäre ebenso oval. Oh, danke. Ach nee, das war das Spend. Oh, Mann. Sehr bedanke dir, ne? Ja, kein Ding vom King. Hey, Janis hinter mir, perfekt. Dankeschön. Ja, Janis, hau, 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 hau. Und ordentlich her. Dankeschön. Wer war denn das? Homestyle. Nice. Mann. dankeschön jetzt poste ich den auch noch übel rein ja wahrscheinlich ja klar nicht ganz dass ich ein hole in one machen mit dir wie hat freestyle denn da eben auch zwei bekommen der war doch alleine ja nix ich weiß nicht was du meinst du hast eben auch zwei versuche gebraucht ja solche schlüsse wie hast du das geschafft damit meine helfe und ein frühstall schafft das diesmal aber nicht mit zwei wie schade aber auch warum jetzt fragt er sich das auch ja weil er irgendwo verhandelt hat auch gut deutsch natürlich weil weniger auch nein ich bin ehrlich ich finde das ist gar nicht so geil ich bin ich für das auch so festgehangen mann danke fürs schubsen ich habe ich eigentlich gesehen ich bin so richtig scheinbar habe ich denn schon mal nein oh daniel ja ja der tag ist mies verkack mal kurz warte mal bleibt mir stehen rechts 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 nein die zettel zum glück ey das war doch eh nicht ja wir beide verkacken einfach ja doch nee ey dank jannis die seht nüßen schnell wollte ich nicht schlagen ey nee jetzt geht das nach unten komm geh rein geh rein geh rein oh nö ja das war ein bisschen zu langsam also die karte mag ich tatsächlich komplett gar nicht doch die ist super die karte doch die ist echt cool ja da kann man eigentlich easy einen hole in one schaffen finde ich eigentlich auch schlechte Leistung einfach amtrak letzte ohne Rapp die abgeschmiert ist yay oh nee das ist doch nicht die karte deshalb du musst mehr aus dem weg gehen ja ok dankeschön oh nö zu schnell rein bevor man mich genau perfekt mein super weg war ja wohl doch nicht alles wie immer 1 2 4 ja das ist die karte ich bin drüber geflogen ich weiß nicht ob es ohne dich nein alter was soll das denn du blockierst mich ich habe ihn so weggeschaut tschüss ach man das war aus versehen ich habe mich gerade auch verkackt oh mein gott ja ist sie ja jetzt funktioniert es an der stelle wo vorhin die karte abgekackt ist bei dem selbe der wohlgemerkt erst einst stroke hat der macht das in einem double fühlt mir gar nicht der macht das wirklich in einem double easy warum braucht man hier fünf oder sechs ja wenn hamster dich da oben rausgetapotiert aus dem loch oder so oder man zweimal wurf ja ich soll schuld sein dass du mitten im weg bist ich soll schuld sein bestimmt die erste ja das ist ich bin auch der erste wort wirklich wort wirklich bin ich der erste oh mann höre ich da ein leises mimimi man konnte eigentlich durchschießen das war easy man konnte einfach straight durch es war ja wirklich easy oh roll doch mal roll doch mal die map war grad echt easy ja ja ketten ist die pizza animiert das ist cool was die wau hast du denn die schläge immer ein bisschen schlechter ach du scheiße ich bin gleich wieder im spawn nicht schubsen bitte ich hab joghurt im rucksack ich hab einen igel ich kann das doch nicht den sebastian anton ach mann wie hab ich das denn in vier geschafft wie konnte ich denn so rein scheißen auf gut weiß ich nicht oh ok soll das funktionieren das ziel tunkt noch sogar achso das schaffst du nicht mehr das ist ja so aber easy oh nice das ist aber gut ja dafür um einmal ein immeres sein wird einzuschlafen drei portale ja ich würde mal sagen das rechte ist am besten der 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 ich hasse dich du bist so ein wichser ich liebe dich auch naja da hast du gerade wortwörtlich verkackt ne oh mann ey du musst dich zurücksetzen das geht nicht anders doch doch guck oh oh gut 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 du hast doch immer das überhaupt für ein locher oh nein muss ich ich hubert oh scheiße i'll help you to escape follow the white skull ich hab schon einen white skull ah nein da oben ja ja äh äh was ist denn das oh das ist nur ein aufzug der da unten führt ne oh 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 mein krass erst mal abbremsen was ist das für ein scheiß ja genau das habe ich mir auch gedacht aber warum könnt ihr das blöcke durch ja bei mir oh nein nennt sich ping ping ach du scheiße äh was jetzt sag nicht noch was extra runter ist das scheiße ach jetzt offen los ok alter ist es schwer nein zu langsam ist voll easy gott alter dass sie mir keine kollektion hat helikopter weiß man nicht direkt im ziel hey das ist ja voll blöd ich hoffe du hast jetzt ein konto alle 0 ich wollte gerade sagen wirklich helikopter ok das ist ja wirklich sehen dass dann wirklich jeder null hat nicht jannis und freestyl haben 1 doch ich habe eins weil ich einmal so habe ich bei jannis stand eben auch 1 gut für mich irgendwie zu verdächtig aber es klappt fast noch nie du willst mich veräppeln du bist ein elendes miesling elendes miesling ja so nennt man dich morgen mit sonic dankeschön dass ich jetzt verteidigt habe ich habe komplett ausgeschlagen oder was schießt mich doch mal nach vorne dann habe ich nicht wieder das glücksloch erwischt nicht schubsen mag ich nicht ach halb so wild mag ich nicht lass mal jemanden vor von euch ne na Brody hole in one ne nicht ganz dafür schaffe ich ein hole in one also ganz so wenig darfst du dann auch nicht schlagen jannis brauchst schon schon genug immer drüben du brauchst mehr schwung jannis ja so noch mehr ein bisschen weniger also jetzt ist es schon die scheiße hast du gerade getrieben alles mehr schwung aber nicht zu viel wäre eins mit dem ziel ja nicht so hoch kann da noch ein bisschen dauern das ist sieht mir nach dem letzten loch aus das ist ja mal mega sozial alter die sepp was soll das jetzt gemacht ja du hast mich an geblockt alter gar nichts gemacht um aufzuholen ich habe gar nichts gemacht ich habe gar nichts gemacht ich weiß nicht mal mal also ich sehe gerade wo es gibt 36 löcher die kann ich doch nie im leben auf youtube planen ein oh mein gott am 28 scheiße was das was das was das herrschen gar keine boost felder da und war auch schon und dann muss ich nehmen das ist meine andere frage ok das bewegt sich einfach zur seite das ist mir verwirrt was passiert hier ok nein nice nice im in nicht nochmal ist das mies viele löcher als wenn ich auf so einem balken gelandet bin hast du gut gemacht ich habe gerade geschützt um mich zurückzusetzen ich bin glücklich aber jetzt gerade so nicht zurückgesetzt ich habe nicht gedacht dass es so viele löcher gibt ich auch nicht richtig zeit gegeben es sind viel liebe du zu reichen musik entworfen nein ich weiß aber von ihm ist wieder ein race wie gemein ich war noch am trinken nein du hast mich geblockt du schmiedsling ich bin so am reinkacken was denn da ist das nennt man das sind fast keine zu letzte also hör auf rein zu kacken jetzt weiß nicht wo ich sitze aha du sitzt jetzt schon am liebsten du weißt ja gar nicht wo ich sitze auf der toilette ja ich sehe dich man das kann ich angehen du bist der scheiße die säpfe halt die schnauze ich stummig gleich du warst doch eben vor mir ich kann aber nicht nur tatsächlich oh mann also muss ich so knapp ach du meine güte so ein guter schlag ist wirklich krass nee jetzt fühle mich das ding nach hinten pushen das scheiße das ist ja immer richtig miesling das geht ja sofort vor mich bin ich der letzte auch ein igel super ich bin einfach nicht spontan und du hast mich reingeschubst fast ja du bist da richtig an einem scheiß spot doch nicht ja das ist live ja das ding ist mies ja so schlimm ist jetzt auch nicht das ist gar keine schläge gebraucht ich bin auf dem dach gelandet und ich bin jetzt jetzt bist du wo wollen wir hin einfach da durch oh oh ich hab was denn zu heulen oh nein ja ja komm ich geh den langen weg ne na heulen in 1 & 2 ist auch ich geh den übelst langen weg ich hab's nämlich gar nicht geschafft ja kein thema cool oh nein easy ich bin einfach gegen daniel geflogen ja ich hab's nicht schon gemerkt ich hab's nicht gemerkt aber ich bin selber das stoppt auf einmal mit einem weg oh gott hallo jungs hallo porti hallo hallo ich wollte bei dir bleiben oh cool hier gibt's nein nein ich falle runter ja oh mein gott ich hab was freuen damit ich überhaupt noch was sehe äh ich bin auch das spiel ist bei mir hängen geblieben auswärts zu dir oh 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 bitte putt einfach den button es hat den button ja ich glaub das spiel hat bei mir aufgegeben oh nein 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 ich meine eben man muss nicht ernsthaft auf den knopf drücken oh ne oh ne gar nicht hä was machst du denn hamster so ja wie du siehst hab ich den knopf halt nicht direkt gespürft ja gut schau ich muss das spiel betten oh man du hast noch anderthalb minuten geworden hier ich muss das spiel betten ja ich hab gesagt du hast anderthalb minuten nicht du musst das spiel betten ja aber ich muss das spiel betten und ich hab gesagt du hast noch eine minute man ja jetzt bin ich nicht mein hart mensch der örtliche freundin ist gerade im internet du bist gerade im internet hängen geblieben ja das war gerade ein bisschen ein bisschen hart hängen geblieben ja ja vor die stream ist auch bei mir jetzt hängen geblieben ich glaube mach gerade ganz schön probleme jetzt ist das beendet oh ja ja so ist es halt du hast noch 30 sekunden ich kann jetzt wieder reinschauen das ist das problem ich habe gesagt du hast 30 sekunden ob du reinschauen kannst oh du bist geläftet auch gut und das ist eine andere sache ne ach nö da war ein Loch in der Mitte nein geil das Loch hat mich hochgedingst ja das ist einfach nur noch wahr ne ne diesmal nicht soweit ach also ist ok gönnt aber auch einfach nicht ne das ist richtig genau und sebastian hat es dann natürlich mit einem ihm macht jetzt ach ne nicht nochmal ein Waze ich mag Waze es nicht vor allem keine mit einem Burger unter mir ach ne Janis hat einfach nur einen Burger auf dem Kopf ist jetzt wirklich ein Subway-Surfer hier bitte rechts nur dass es dieselbe Konditionen hat und Janis nicht aber du rennt mal ja ja vor allem sagen wir jetzt einfach auch einen Booster ne ja es packt sich ziemlich zurück Ich hab gedacht, was kann das durch? Ich hab gedacht, das wär ein Portal, aber da hab ich gerade... Nee, 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 nee. Man sieht nur, dass er das erste Mal abgestoßen wurde von dem Teil. Was passiert hier? Nein, ich bin hängen geblieben beim Auto. Wie bist du denn schnell da? Alter, ist das mies, aber alle gleichzeitig. Alter. Ach du Scheiße, nee. Oh, doch. Oh, das ist weiter als ich gedacht habe. Oh, das ist sehr schlecht, wo ich bin. Oh, perfekt reingeschossen. Guck mal, wo ich bin. Was soll ich hier denn machen? Ja, immerhin. Nichts soll zu machen. Ich muss drei Schläge wasten, damit ich hier rauskomme. Ich musste gerade fünf wasen, damit ich überhaupt schon rauskomme. Ich kann nicht zurücksetzen, weil ich einfach da bin. Ja, ich hab jetzt sechs Schläge gebraucht für dieses Scheißding. Ach du meinst, wo bist du denn? Warum kann ich hier unten schlagen? Was soll ich hier machen? Drück R. Okay, ich kann auch ganz ruhig lassen können. Nicht so weit, bitte. Ein bisschen schneller schlagen. Das Ding ist, die Musik, die gerade gespielt wird, erinnert mich an Need for Speed Most Wanted. Most Wanted? Ja, Most Wanted. Okay. Damals gab es nämlich da auch ähnliche Musik. Hm. Ey, warum hab ich gerade geschlagen? Weiß nicht. Ach, der Stil ist direkt da vorne. Oh nein. Oh man, warum schlägst du denn? Albatross. Ach komm, leck mich. Nee. Ich hätte einfach nicht zurücksetzen dürfen. Hast du gut gemacht. Jaja, hast du gut gemacht. Unnötig Punkte verschenkt, ey. Ach, alles gut, hast du fein gemacht. Ey, jeder hat seine eigene Szene, das ist voll gut. Ja. Und ich bin nicht da. Ach, äh. Tatsache hat wirklich jeder seine eigene Szene und ich hab den schlechtesten von allen. Ja. Den höchsten ist doch auch nicht so schlecht. Ja, Hamster, jetzt wo ich nicht da bin, bist du halt der schlechteste, ne? Ja, genau. Nein! Du musst du erst gar nicht sagen. Aber bin ich die letzten Dinger gar nicht so schlecht. Was sagt der? Oh shit. Die letzten Dinger hab ich fast nur gelb. Also fast. Ach, leck mich. Okay. Ja, okay. Immerhin alle. Alle, alle, alle drei. Meine Augen spotten, oder was? Ja, Mann. Meine auch. Und du hast mich rausgeschubst. Ach du Scheiße. Tschüss. Wo? Wo muss man denn lang? Oh, komm, leck mich. Du Scheiße. Komplett nach vorne. Dankeschön. Ja, kein Ding. Kein Ding. Wir müssen ja abeinander da sein, ne? Machst du gut den Zeppel. Weiter so. Aber bitte noch höher. Aber bitte noch höher das nächste Mal. Ne. Nicht noch höher. Das kannst du vergessen. Nein, was fahren wir denn zurück? Ah, das ist ein Abschlussraum. Ach du Scheiben-Color-Leister. Scheiben-Color-Leister? Wer ist denn Kaller? Kaller ist Kalleis. Das ist wohl Kalleis. EDS 2. Kennt nur ja alles. Haben sie das Lieblingsstrecke. Ne, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich hasse diese Strecke. Wo muss ich denn lang? Ich vermute erstmal runter. Danke für die Person namens Freestyle, die mich geblockt hat. Habe ich nicht, weil er selber die so holzt. Ja, ja, ja. Hast du nicht. Nee, nee. Hast du gar nicht. Aber ich finde das gut, dass du immer so schuld bei anderen suchst. Ja, ist halt echt so. Diese kleine Schnaubine ist nie schuld. Musst du merken. Ja. Das hat nur dich selber Ende, nicht andere. Ja. Habe ich von dir sehr gut. Guter Ansatz auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, ja. Über die Schuld bei anderen suchen. Ist doch klar. Vor allem, wenn man alleine Sachen macht, dann immer die Schuld bei anderen suchen. Normal. Wer macht das nicht? Na dann ist das Spiel schuld. Ja, die Steuerung. Oh man, das war demnächst. Alter. Ist schon okay. Ist schon okay. Jannis, ernsthaft? Du bist vor mir drin? Oh, will ich sein. Das ist traurig. Sätschlein. Ich versuchte dich leider nicht rein. Tut mir leid. Das war alles blöd. Aber Freestyle. Thank you. Please come again. Das war Cyberpunk. No, get the hell out of here. Oh, die Musik. Oh, wow. Ich hab einen Haul im Wort. Nice. Neuer Halt. Neuer Halt. Habe ich. Alter, es hat halt wirklich fast jeder seine eigenen Szene. ich nehme ich fast jeder jeder nein du bist du gerade da war so aus doch nehmen wir mal heute ist nicht da jeder ich danke euch für es mitspielen von golf ist dort war es mit einer mega langen folge von über 30 minuten ich glaube das ist einer der längsten golf folgen die ich jemals produziert habe mit dabei waren heute jahres freestyle die 7 pro ich hoffe es hat euch spaß gemacht tx gibt es ein maus lang und ein like natürlich auch